Du ehrst mich also mit deiner Gegenwart, Reiter. Es gibt so viele Geschichten über dich. Du hast drei der Auserwählten getötet, ihre Herzen genommen, beunruhigend. Bist du deshalb gekommen, um die letzte Turmwächterin zu erschlagen, um mein Herz zu holen? Hat Samael dir erzählt, warum wir sein schmutziges Blut in uns haben? Warum diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt? Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung, als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Ja, hol mal bitte deine Kleinen. So. So. Okay. Okay. Ja, alter Stilk. Wir spielen mit dir, Alter. Erledige sie. Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Irgendwie haben wir hier bei irgendwie ganz schlechten Karten. Es wird bald zum Ende sein. Ja, du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Ich mag Flösch. No, 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 no. Aua. Ja, alter Stilk, leider. Ja, alter Stilk, leider. Ouuuh. Lauts. Oaccaaaaaaaay. du ehrst mich also mit deiner gegenwart es gibt so viele geschichten über dich du hast drei der auserwählten getötet ihre herzen genommen beunruhigend bist du deshalb gekommen um die letzte turmwächterin zu erschlagen um mein herz zu holen hat sie erzählt warum wir seit schmutziges blut in uns haben so sie liegt hier ich möchte da eine länges geschichte an die turmwächterin warte 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 Das war jetzt verkehrt, egal. So viel spielt mit dir, Reiter, erledige sie! Sie verspottet dich, Reiter, plättere da hoch und zeig ihr, wo der Hammer hängt! Geht! Ich weiß es jetzt nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zu kurz. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, mit dem Trammerhandschuh? Samael benutzt... Ist mir herzhaft egal eigentlich. Ich brauch nur eins. Nämlich meine vollen Kräfte. Dann sammle ich auch gleichzeitig platt. Nein, ähm... Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder raus. Ist mein Mikrofon überhaupt an? Ja, ist es. Ne, aber der Boss war jetzt eigentlich... Ja, wie soll ich sagen... Einfach? So, wohin führt mich der Weg? Samael wartet schon auf das letzte Herz. Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Das ist das, was die Leiter hier ist. Fuh, du, du, du. Du, du, du. Man könnte ja Ultern... Und dann... ...mal so sagen wir vom Ring... Hey Ultown! Alte Socke! Wie geht's? Versteht's? Hey! Oh! Egal... Auf jeden Fall haben wir jetzt... Sieben! Sieben... Bruchsteine... Und damit haben wir acht... Insgesamt... Also eine Anzahl von acht... Ich wollte schon gerade fragen... Vulkrim... Tja... Die Mondschneider... Was ne Mist... Sieben... 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 Sieben...